Yosemite Nationalpark Yosemite Nationalpark, wir haben es geschafft. Einer der Highlights der Reise, wenn nicht sogar das Highlight der Reise. Ich bin so gespannt auf die Natur hier. Man hat schon herrliche Ausblicke auf Riesen, Felsen und Wälder, Flüsse und Berge. Überall fliegen Adler rum. Ich bin extrem gespannt und werde euch einiges aus Yosemite Nationalpark berichten. Auf jeden Fall gibt es hier nicht so viel zu essen und dafür habe ich mich vorher eingedeckt und bin einkaufen gegangen, habe mir ein bisschen Brot mitgenommen und Erdnussbutter und Tomaten und allerlei, um mir leckere Sandwiches zu schmieren. Denn wir werden hier so ein bisschen unterwegs sein. Seid gespannt auf viele schöne Ausblicke in diesem herrlichen Nationalpark.